So meine Freunde und Willkommen zurück zu Space of the Line. Wir haben in letzter Folge die Wassertracks geklaut und in die Luft gejagt auszusehen. Ne, nicht auszusehen, wir wurden abgeballert und dann haben wir sie reingejagt. Wir liegen ein bisschen kaputt hier, lalalala, laufen jetzt, aber die hassen uns, glaube ich, weil wir deren Wasser. Ja, weißt du was? Deine Fresse. Willst du mocken oder was? Junge. Dich finde ich. Junge. Sein großes Maul, du häsliger Fischkopf. Hey, ich brauch Hilfe hier. Ich hör euch doch, ihr Idioten. Riggs, sind sie's? Warte. Hier drüben. Voll nicht gesehen. Riggs? Wo sind sie? Ich seh nie... Oh, scheiße. Moment, ich hol sie da raus. Lassen Sie's. Hat keinen Sinn. Das Wasser ist weg. Das ist das Wichtigste. Scheiße. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Hatte recht, der Klingel. Sehen Sie, wenn die Leute spitzkriegen, was er gemacht hat, erklären uns alle hier den Krieg. Und den verlieren wir. So wird's die Welt nie erfahren. Sie sind verrückt. Komisch. Das hat Gold auch gesagt. Was ich getan habe, war nicht schön. Aber richtig. Außerdem, ich komme ja selbst nicht mehr hier raus. Ich will nicht verbrennen. Los, Worker. Verbrennen ist ein super ekliger Tod, ne? Also du bist ja ein Leakser, du siehst nicht die Flamme auf dich zukommen. Du verbrennst das ganz langsam. Das ist höllische Schmerzen. Dann kannst du dir lieber eben helfen. Ich meine, der wäre eh tot gewesen. Wir hätten den dann nicht rausgekriegt und die Asisheiten hätten uns dann. Wir sind ja eh nicht geholfen. Ist schon Ralf. Wir haben zu einem Kollegen gekriegt, aber Yolo. Der war mir eh ein bisschen suspekt. Der war ein bisschen creepy, finde ich. So, wir laufen ja einfach weiter. Irgendwo. Oh, sorry. Störe dich etwas? Verdammt. Warte, Logo, ich bin unterwegs. Ich sorg dafür, dass ihr es erfährt. Fick dich ins Knie. Oh, 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 oh. Bitte keine Kraftausdrücke, Kumpel. Das ist hier schließlich ein Familienkronter. Eine Sondersetzung für Verdurstende. An alle, zusammen bei der Maul. Alter, sitzt du der Maul fest. Los. Scheiße, noch mehr Soldaten. Wir können da wahrscheinlich ein bisschen backdoin, also von hinten ran, und gehen da ein bisschen bümsen. Raus damit. Sind hier nur wir zwei und ein paar tausend dürstige Hörer, die alle brennend interessiert. Oh, was wirst du jetzt tun? Oh, was wirst du jetzt tun? Ja, Marty, denn sie bringen ihn um. Sie wollen Wasser und Eimer und wird nichts ruhen. Was wirst du jetzt tun, denn sie bringen dich um. Martin, Martin, Martin. Es ist aus, Lieutenant. Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo. Hör nicht auf ihn! Ich sag der Schnauze! Walker, falls du das hörst. Sie haben Lugo. Die 33. Nageln mich fest. Ich komm nicht durch zu ihm. Ich brauch dich hier. Hören Sie mich, Lieutenant. Ich mache keine Wichse. Ergeben Sie sich, oder Sergeant Lugo stirbt. Feind erledigt. Oh, war doch langsam Zeit. Nichts zu danken und jetzt geht's weiter. Scharfschütze auf dem Scheiße, die sind überall. Ja. War das voll? Ja. Also ein sehr guter Schütze. Deckt mich, ich lade nach. Noch mehr Scheiß-Tankos. Er ist ungeschützt. Wieder eine weniger. Okay, warte, hier. Wir sind die jetzt hier. Alles klar. Bei dir? Hier auch alles klar. Achtung, Männer der 33. Delta Force Action-Figuren heute im Angebot. Delta Force, preskünstig zu haben, in der Mall. Da kommt noch mehr. Wir wissen, was gegen diesen Kerl unternimmt. Jetzt müssen wir aus der Mall raus. Seht ihr durch meine Weg? Wir erkennt's nicht. Vielleicht mal du unten. Okay, schaltet diese Wichse aus. Feind ist gefallen. Bleibt dran. Oh, da. Rücke vor. Feind ausgeschaltet. So, wie kommen wir da hin? Erstmal nehmen wir hier Munition. Ah, da ist noch einer. Da haben wir's gar nicht gesehen, Alter. Die nageln mich hier drüben fest. Zurück, wir machen das. Wieder einer. Ach so, jetzt müsste... Dann mal los. Komm ich auf lang. Nice. Wir müssen eigentlich... Los, los. Irgendwann müssen wir wieder zu den Kollegen auf der anderen Seite. Gegner, rechte Seite. Brocke, ich brauch Hilfe. Weitere Gegner beim Spielzeugladen. Ich habe eine Frage. Was sind die der furchterregendsten Wörter in der arabischen Welt? Weiß ich nicht. Ich liebe diesen Witz. Was? Ist das nicht lustig? Nein? Nein? Doch, fand ich schon. Nein? Über die Brücke! Los, los, los! Ich kenne dich, du Mechmann. Ihr habt doch keine Schulden, was der Mann tun muss. Und ich meine, was er tut. Da bin ich einfach voll reingerutscht, Alter. Ich habe die gar nicht gesehen. Verdammt. Aber egal. Ich schließe mir die jetzt weg. Über die Brücke! Los, los, los! Sie kommen durch die Nachtluke! Oh, shit, Alter. Ich schließe mir die Brücke! Ich würde, dann kühe ich aber noch nicht. Ich kreuz, er gibt mir Deckung! Vorsicht! Schrockenblinde! Er ist ungeschützt! Hab einen! Mann, da! Ich gibt die Deckung! Ich liebe dieses Feature, ne? Mit diesen... ich muss nachladen jetzt schon wir sitzen fest ist das fast zum teufel ob ich brauche ich jetzt nicht Junge! Scheiße! Gedeckter Feind! Leg den Trottel auf! Pappi! Halt sie mir vom Leiden! Alter, was war das für Augenkiss? Was meinst du, von wo sendet er? Ich weiß nicht! Wir hören ihn, seit wir durch die Sturmband kamen! Wieso? Wenn wir die Stadt nicht gleich evakuieren, verdursten hier alle! Ich denke mit seinem Sender könnten wir das bekannt machen! Wir müssen nur herausfinden, von wo er sendet! Geht weg ihr scheiß Puppen! Muni-ti-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Schüsse! Faltkontakt! Wo sind sie? Über dir! Hab einen! Schnell! Wir sind schwer unterbeschworen! Halte durch! Ich bin dran! Deck mich! Ich lade nach! Nur die Uhr, Marty! Ich will auf meiner Position bleiben! Das ist in der anderen nachgleich, wo du bist! Ich meine... das... das willst du gar nicht! Wir haben das Beste ohne Beste! Hier wird's immer heißer! Habt ihr nicht von mir gedacht, was? Habt das Schwein! Du warst vermischt! Bring ihn! Du kannst, Adams! Okay, ich stell ihn auf die Füße! Danke, Mann! Ich glaub, das waren alle! Kein Problem! Da kommt noch mehr! Verflucht! Wann hört das endlich auf? Ach, die Jungs geht nur richtig ans Herz! Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde! Wir werden hier aber antworten! 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 Verdammt! Ich bin tot! Ich check einfach nicht, wer von wo auf was geschossen hat, aber gut! Ohne Spaß! Ich find doch nicht lustig, Assis! Ich geh rein! Da kommt noch mehr! Verflucht! Wann hört das endlich auf? Oh, die Jungs geht mir richtig ans Herz! Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde! Wir werden hier überraten, Walker! Wir werden im Plan verdammt! Ihr müsst in die oberste Etage! Wir benutzen die Sein-Roadjob zu führen! Geh was, Deckung! Los jetzt! Da geht's nicht rüber! Wir sitzen fest! Das geht schon! Walker! Mach unter uns, klar! Schiff! Wir seien uns ab! Ach das, Schwein! Da kommt einer aus der Deckung! Achtung! Sie bewegen sich! Gib mir Deckung! Ich lade nach! Gehe in Deckung! Werde beschossen! Klar! Wenn noch eine Verstärkung stimmt! Wir brauchen Verstärkung! Das ist unsere Chance! Los! Scheiße! Wir starben hier wie die Fliegen! 見 2-2! Wir haben... Ach das, Schwein! Wenn nicht raus! Nein, da kann ich nicht aus der Deckung! Vorsicht! Ich bin immer dran! warte was sie kommen hinter meine frisse jetzt waren es wenn ich das nicht Das Super! Sie haben einen schweren Truppen! Die schweren Truppen! Da kommt noch einer! Reitung! Hab das Arschloch! Schaltbewegung! Fango an die Schuss! Wir brauchen was, um sie zu sprengen! Vielleicht einen von den RPGs? Das sollte funktionieren! Gibt mir Feuerschutz! äh, da oben egal das gefahren geht nicht Geht hoch! Wir gehen auf Strach! Leck uns! Scheiße! Ah! Verdammt noch mal! Passt auf die Schrottflinte auf!